Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einem neuen Handelstag. Nachdem der DAX mehrere Tage jetzt zugelegt hat, ist heute zunächst einmal mit etwas roten Vorzeichen zu rechnen und wie genau sich die Lage an den Aktienmärkten fällt. Dazu schalten wir jetzt erstmal nach Frankfurt zu meinem Kollegen Patrick. Guten Morgen Patrick, wie ist die Lage in den Aktienmärkten weltweit? Guten Morgen, Thomas. Ja genau, sie ist tatsächlich weltweit und das ist auch das, was uns hierzulande in Deutschland beschäftigt. In Frankfurt nicht ganz so rosig der Dow Jones nach sechs Gewinntagen in Folge mit einem minimalen Abschlag, minus 0,05 Prozent, auf 26.048 Zähler nach unten gegangen. Es sind vor allen Dingen die Worte von Donald Trump in Richtung China, die nicht so richtig für positive Stimmung sorgten, wenngleich die Migrations- und Zollstreitigkeiten mit Mexiko ja sozusagen ad Akta gelegt scheinen. Ist es das, was Donald Trump sagt? Denn der G20-Gipfel Ende des Monats, er steht an und wenn Xi Jinping da nicht auftaucht, dann will Donald Trump tatsächlich weitere Zölle anheben auf 300 Milliarden Waren aus China, die sie importieren. Also das wäre dann sozusagen auf alle chinesischen Importe dann Zölle. Er will, dass Xi Jinping an den Handlungstisch zurückkehrt und den Deal, den man eigentlich schon hatte laut Trump, einfach unterschreibt und dann ist alles gut. Ansonsten, die USA bräuchten auch gar keinen Deal und wenn man sich die asiatischen Märkte anguckt, stellt man fest, der Nikkei verliert und der Hang Seng, aber das ist ein High Composite vor allen Dingen, denn es gibt intransparente mögliche Kreditrisiken in China im Zusammenhang mit der neuen Seidenstraße und Krediten, die an Staaten gegeben wurde. Die Weltbank moniert, dass es da sehr intransparent zugeht und man gar nicht abschätzen kann, wie hoch die Kreditrisiken sind, denn die chinesische Administration ist da sehr, naja, sollen wir mal sagen, hält sich da sehr bedeckt und dementsprechend drohen da Ungemach und das ist auch einer der Gründe, diese schwachen Vorgaben, weshalb der Deutsche Leitindex zunächst mal knapp über der 12.100 sich behaupten wird, vielleicht sogar mal wieder in Richtung 12.000 testen, aber naja, hoffentlich kommt es am Ende des Tages nicht ganz so schlimm. Wir werden es ab 9 Uhr genauer wissen. Ja, Patrick, vielen Dank. Wir hören es nicht ganz so positive Worte, insbesondere aus China. Wir werden sehen, was der Tag so bringt. Ja, schauen wir mal auf die Seite von CNBC, um nochmal die Märkte zu beobachten. Wir sehen es da uneinheitlich, genauso wie der S&P und auch der Nasdaq nahezu unverändert. Gestern in Asien haben wir, wie es Patrick schon gesagt hat, Verluste in Japan, in Shanghai, aber vor allem beim Hang Seng. Schauen wir uns mal den Dow Jones an. Wir sehen es, der Dow, gestern der Kampf mit der 26.000-Punkte-Marke hier in dem Bereich, hat die 200-Tage-Linie ja zuvor wieder zurückerobert gehabt und jetzt hängt er da etwas fest. Ist ja auch völlig normal. Wir haben sechs Prozent zwischenzeitlich zugelegt, dass man da eine kurze Verschnaufpause nimmt. Tesla gestern auch wieder mal ein Thema positiv weiterentwickelt, nachdem wir ja schon bei 177 Dollar eben ein neues Tief gesehen hatten, ein Jahrestief. Und jetzt, wie gesagt, haben wir uns wieder um 40 Dollar erholt. Gestern hat Musk, der Chef, gesagt, man wird es schwer haben, profitabel zu werden in dem Jahr, weil man eben das Wachstum hochhalten will. Nachdem man die Produktion letztes Jahr verdoppelt hat, soll es dieses Jahr 60 bis 80 Prozent Steigerung geben. Und dann kann man nicht einfach gleich in die Profitabilität gehen. Hier eher mal zurückhaltend sein. Der nächste Wert, McDonald's, ja, einer unserer Lieblingswerte. Man will die Zusammenarbeit mit Nestle, was die veganen Burger betrifft, betrifft Ausbau. Und das berichtet Reuters. Ja, was soll man zu dem Chart noch sagen? Ein Bilderbuch aufwärts drin. Die 200-Tage-Linie zieht nach. Also hier auf jeden Fall investiert bleiben. Ich sehe hier durchaus noch weiter steigende Kurse. Das nächste Thema natürlich Beyond Meat. Gestern 25 Prozent Minus. Das war ja nicht unbedingt zu erwarten, aber dass der Chart nicht so in dem Tempo oder die Aktie in dem Tempo weiter steigen kann, ist ja völlig klar gewesen. Die Umsatzprognose für nächstes Jahr, für 2020, war im Bereich 500 Millionen Dollar. Das Unternehmen aber schon mit 10 Milliarden Dollar bewertet. Und dass da einfach mal Gewinne mitgenommen werden. Wie gesagt, ist verständlich, normal, gesund. Immer noch natürlich sehr ambitioniert bewertet das Unternehmen. Ich würde hier eher mal an der Seitenlinie bleiben. Kommen wir nach Deutschland zum DAX. Wir haben es gehört von Patrick. Wahrscheinlich etwas leichter die Eröffnung, nachdem wir ein paar Gewinntage in Folge jetzt hatten. Wir waren ja auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt im Bereich von 11.620 Zählern. Jetzt sind wir 530 Punkte höher gewesen. 12,230 ist so der Trend, den wir hier seit Jahresbeginn hatten. Der ist noch nicht zurückerobert worden, auch wenn es vielleicht hier den Anschein hat. Da habe ich jetzt schlecht gezeichnet. 12,230 ist die Marke, um da reinzugehen. Wichtig auch noch hier die 12,310. Die 12,410, da müssen wir drüber. Und wie es der Kollege schon gesagt hat, bei 12.000 natürlich die Unterstützung. 11,950 auch eine wichtige Marke, die es zu beachten gilt. Thema heute in Deutschland ist natürlich Axel Springer. Wir sehen hier noch Kurse von 56. Das wird sich mit der Börseneröffnung erübrigt haben. Da sehen wir andere Kurse. KKR bietet 63 Euro. Insgesamt 7,7 Milliarden Dollar für Axel Springer. Ja, also wer hier damals bei den ersten Gesprächen eingestiegen ist, kann sich freuen. Bekommt nochmal einen ordentlichen Aufschlag. Ja, zu Kursen um 63 Euro würde ich aber dann nicht mehr einsteigen. Nächstes Thema Wirecard. Ja, habe ich deswegen mitgebracht, weil es einfach technisch interessant ist, weil wir die 200-Tage-Linie wieder überwunden haben. Jetzt mit diesem Kaufsignal im Rücken kann es natürlich hier in dem Bereich von 160 Euro gehen. Wie gesagt, hat sich technisch angeboten, nachdem wir diese wichtige charttechnische Linie überwunden haben. Und natürlich das große Thema. Gestern, Neil, einer der Lieblingswerte der Deutschen, einer der meistgehandelsten Werte, gestern an den Börsen zig Millionen Stücke umgegangen, nachdem in Norwegen eine Wasserstoffstation gebrannt hat. Wir haben es gesehen, minus 17,7 Prozent. Wir waren teilweise schon bei 52 Cent und damit unterhalb der 200-Tage-Linie. Das kann man zumindest mal als Positives sehen, dass wir diese charttechnisch wichtige Linie erfolgreich getestet haben, dass wir nicht darunter geschlossen haben und die Aktie sich zumindest wieder etwas erholt haben. Jetzt muss man erst mal abwarten, was waren die Gründe für diesen Unfall. War es Brandstiftung? War es ein technischer Defekt? Menschliches Versagen? Man weiß es noch nicht. Und von daher muss man hier mal abwarten, was da herauskommt. Der Aktionär ist jetzt vorerst mal ausgestoppt. Wir hatten bei 60 Cent Euro-Cent einen Stoppkurs. Der wurde unter Schritten ausgelöst. Und jetzt wollen wir hier mal erst mal die weitere Entwicklung abwarten. Aber ich weiß auch, dass Kollege Döpke sicherlich im neuen Aktionär, der heute fertiggestellt wird, sich zur NEL-Aktie äußern wird. Da verweise ich eben auf das ePaper heute Abend oder eben auf das Heft am Freitag. Ja, das war es jetzt von meiner Seite, was die Themen betrifft. Ich hoffe, Sie haben einen erfolgreichen Handelstag. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Wir sehen uns morgen wiedersehen. Wir sehen uns morgen wiedersehen.